Nacht Tag Nacht Tag Nacht Ja, du sag was nix, Davis ja drei, du sag drei ja ja ja, du sag Oh, da ist ja noch einer von meiner Sorte Ist das Allan? Allan, hey Allan AHAHAHAHAHA Allan, 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 All! Allen! Allen! Oh, das ist nicht Allen. Steve! Nein, Steve! 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 Bitte öffnen Sie jetzt den Mund, mein Herr. Okay. Gehen Sie in nächster Zeit in Urlaub? Äh, ich glaube... Ja, versuchen Sie bitte nicht zu sprechen, wenn ich meine Hände in Ihrem Mund habe, mein Herr. Na ja, meine Frau und ich überlegen, ins Ausland zu gehen. Haben Sie Kinder? Ja, ich auch. Sprechen Sie bitte nicht, wenn ich meine Hände in Ihrem Mund habe, mein Herr. Sie haben hauptsächlich Bananen gegessen, richtig? Ja, Bananen, ja. Ja, ich werde es Ihnen nicht nochmal sagen. Sprechen Sie bitte nicht, wenn ich gerade in Ihrem Mund arbeite. Zum Abschluss müsste ich noch kurz Ihren Atem riechen. Oh Gott, das ist widerlich. Ich muss mich mal kurz hinlegen. Oh Gott! Oh nein, das ist doch nicht Steve. Dann ist es Allen. Allen! 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 Entschuldigung, Kumpel, du stehst auf meinem Platz. Kannst du mich einfach an den Platz suchen? Na dann guck, ich hab nicht diesen Platz reserviert. Könntest du bitte wegkriegen? Geh nicht weg! Geh du doch weg! Ja, gehst du dann bitte weg oder... Nein! Okay, gut. Was hast du davon? Gefällt dir das? Dann geh einfach weg! Geh du weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg, verdammt! Ich bin dir! Schwindel, geh weg! Hat da jemand meinen Namen gerufen? Hey! 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 Geh weg, verdammt! 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 Untertitelung des ZDF, 2020